Ja, ich kenne das eher, dass du aus dem Gespräch dann nochmal kurz eine Sequenz ganz am Anfang hast, dann macht es biep, dann kommt das Intro und dann irgendwann während des Gesprächs kommst du halt auch an die Stelle. Ja, ja. Wie bei Artikeln. Das ist ja auch um die Aufmerksamkeit zu halten, weil ab 60 Sekunden gilt es werberelevant als Download. Also wenn du bei den ganzen Streaming-Plattformen 60 Sekunden dran bleibst auf Spotify, dann rechnen die das als Stream für einen Podcast. Und ab dann ist dann zum Beispiel für werberelevant wichtig, wie viele Streams du hattest und so. Wir wollen ja keine Werbung machen, aber bitte hört alle mindestens 60 Sekunden unseres Podcasts, damit wir für die Statistik hatten. Sehr gut. Freizeitstress, Berlin. Freizeitstress, Berlin. Hallo Lynn. Hi Freak. Wir haben uns länger nicht gesehen. Ich war krank, du warst krank und weg und ich bin auch noch ein bisschen angeschlagen, hört mir vielleicht ein bisschen an. Aber jetzt sind wir wieder da und wir gehen gleich noch ins Theater und nehmen jetzt noch schnell vorher auf. Ja, wir gehen gleich noch ins Theater. Ich möchte da gleich auch mal einsteigen, weil ich habe mich sehr gefreut, dass du mich gefragt hast, ob ich mitkomme. Mach ich natürlich immer sehr gerne ins Theater. Aber du hast eine klitzekleine Sache vergessen, nämlich mir zu sagen, wie lange das Theater geht. Und ich dachte, ich bekam den Invite und ich dachte so, ah ja, ja, du wirst einfach irgendwie aus Versehen dich ein bisschen vertippt haben und mir so einen riesigen Slot geschickt haben. Das Theater geht einfach fünf Stunden. Ja, aber ich dachte, als ich dich gefragt habe, ob du mitkommen willst, habe ich dir glaube ich den Link geschickt zu dem Stück und dachte, da guckst du, also da steht das ja drin. Ich hätte mich informieren können. Ich weiß, es liegt auch ein bisschen bei mir. Aber besser so, weil ich habe richtig Bock. Bin aber gespannt, ob ich es durchhalte. Also ob ich da noch zwei Uhr nachts sitze oder nicht. Ja, ich hätte dir auch vorwarten können. Das stimmt. Wir schauen uns an von Gobsquad eine Performance. Nämlich, wie heißt die eigentlich? Room Service, dachte ich. Genau, Room Service. Die ist richtig alt, die Performance. Die wurde vor 30 Jahren das erste Mal gemacht. Und man guckt so über Videoperformer in Zimmern zu und hat über so Telefonkontakt mit denen. Und das geht so quasi durch die Nacht mit denen in so Hotelkontext. Ah, wir als ZuschauerInnen haben auch Telefonkontakt mit ihnen. Also, soweit ich weiß, ist das möglich, weil das war die Aufnahme von diesem Stück, habe ich in meinem Theaterwissenschaftsstudium geguckt. Die ganze Zeit. Vor x Jahren. Naja, also so ein Zusammenschnitt daraus. Und das war mein erster Kontakt mit dieser Art von Theater. Und darum ist die so, hat die bei mir so einen Softspot, weil ich die sehr mit meinem Theaterwissenschaftsstudium verbinde. Weil ich hatte, ich kam irgendwie von so klassischem Stadttheater. Und dann war ich da im Studium und wir gucken uns Videos an. Plötzlich war so, hä, das ist auch Theater. Und ich war so, wow, krass. Und die wird jetzt quasi, also zumindest so behauptet, zum letzten Mal gezeigt in Berlin. Und die Chance wollte ich natürlich mir nicht hingehen lassen. Und da freue ich mich, dass du mitkommst. Und ja, es geht also regulär von 21 bis 2 Uhr morgens. Ich bin sehr gespannt. Wir berichten beim nächsten Mal, wie lange wer von uns da war. Und das Konzept finde ich mega. Also auch so mit diesen einzelnen Räumen und dann auch Leuten zuzuschauen, ob sie so in Langeweile verfallen oder was sie machen, was für Interaktionen da entstehen in den einzelnen Hotels. Ich bin auch sehr gespannt, ob das noch trägt. Also weil vor 30 Jahren war das noch krasser, neuer als noch, also es gab ja diese Phase in den 90ern, Anfang der 2000er, wo man, ne, die Bühnen waren voll mit Videoübertragung von irgendwie Sachen. Und dann waren so, ah, modernes Theater besteht nur aus Videoübertragung. Und, aber mittlerweile gibt es ja sowas wie Streams und Twitch, ne, und so Streamer. Also so Leuten dabei zuzugucken, wie sie Sachen machen, ist ja jetzt ja ganz anders in der, in der Seherfahrung vielleicht so drin. Also ich bin sehr gespannt, wie, ob das, ja, wie das heute funktioniert. Mhm. Ja. Du aber, weil du gesagt hast, dich hat das irgendwie so geprägt in, wie Theater anders geht. Ich habe eine Sache mitgebracht, die hat mich geprägt in, wie Ballett anders geht. Und zwar, ähm, Aufführungen von, ähm, William Forsythe. Ähm, ja, ist ja einer der ganz großen Choreografen, genau. Und, ähm, ich habe in Dresden zwei- oder dreimal Stücke gesehen, weil die Company wurde ja dann auch von, also er hat ja das Ballett in Frankfurt mit, mit dort aufgebaut und die Forsythe Company gegründet. Die Company ist dann aber Dresden-Frankfurt, ähm, geworden, also wurde dann umbenannt und von seinen SchülerInnen sozusagen weitergeführt. Und, ähm, genau, habe dort Stücke gesehen und das war für mich irgendwie so total neu und, und krass, weil die ganze Bühne, ich weiß noch, da hing einmal so ein riesiger Kubus von der Decke und die TänzerInnen sind dann da drunter durch und, also so ganz anderes Verständnis von Bühne und auch von Ballett und von, ähm, irgendwie viel moderner inszeniert, innovativ inszeniert. Und, ähm, irgendwie habe ich das noch so ein bisschen einfach im Hinterkopf und habe jetzt diese Plakate überall in Berlin gesehen und, ähm, hier mit dem Staatsballett, ähm, werden drei seiner Stücke, also in Hommage und, ähm, durch eben seine Regie, ähm, nochmal aufgeführt. Und das ist, sind so die ersten drei Märzwochen, wo du da hingehen kannst, ähm, und, genau, das Ganze ist, ich glaube, von 22 bis 88 Euro, genau, kannst du je nach, wo du sitzt, ähm, Karten bekommen. Ich hatte mir in der zweiten Märzwoche, ähm, ein, zwei Termine rausgesucht und ich, ja, leider die unteren Kategorien sind nicht mehr ganz da, also ich müsste ja schon 44 Euro bezahlen für ein Ticket, aber ich werde es machen, weil ich eben dieses, diesen Tanz und dieses Ballett und diese ganz feinen kleinen Nuancen und dann plötzlich, es sieht irgendwie gar nicht mehr aus nach, nach Ballett, ähm, total beeindruckend finde. Und wie gesagt, das sind drei kleine Stücke, es geht anderthalb Stunden, wenn ich, ähm, richtig mich daran erinnere und es ist ab 19.30 Uhr geht's los, ähm, verschiedenste Termine im März, ähm, und eben nach, nach ihm, ähm, in, in Hommage und seine drei Stücke, ich glaube, die wurden 2016 das erste Mal mit, mit aufgeführt, ja. Voll cool, ich habe auch noch nie in, du hast live, glaube ich, von ihm gesehen, aber fällt mir ein, ich habe auch vor ein paar Wochen zum ersten Mal in Berlin Ballettkarten gekauft, ich weiß nicht, wie das Stück genau heißt, es muss doch irgendwie Monate voraus die kaufen. Ja. Irgendwann im Sommer gehe ich ins Ballett und war auch schockiert, ähm, dass selbst sichteingeschränkte Plätze noch 30 Euro gekostet haben. Ja, das ist schon. Ähm, das war schon eine Hausnummer, da war ich schon, ähm, da war ich schon, ähm, da bin ich nicht gewohnt, sagen wir so. Aber da bin ich auch sehr gespannt, aber auch von wegen, also auch fünf Stunden und auch, das kann auch Theater sein, hatte ich auch vor ein paar Wochen, dann können wir auch bald über die Zukunft wieder mehr sprechen, aber das wollte ich noch kurz mitnehmen, da war ich nämlich in der Volksbühne bei einem Abend, der hieß Extinction, das ist eine deutsch-französische Koproduktion, glaube ich, in Österreich oder der Schweiz zuerst aufgeführt, das waren Texte von Thomas Bernhard, Arthur Schnitzler und Hugo von Hoffmannsthal, aber das war so ein dreigeteilter Abend. Ja. Der erste Teil war quasi so eine Party mit so DJs auf der Bühne und Freibier und dicken Technobässen und irgendwann am Ende ging auch mit Video, hat man so einer Schauspielerin gefolgt und es gab so ein bisschen, was erzählt wurde und das war der erste Teil zu Ende, aber der war zum Großteil einfach nur Musik und Bass und Lichtshow und Freibier und dann gab es einen Break, dann gab es so ein richtig, so ein krasses, ja, so ein Anfang 20. Jahrhundert Haus aufgebaut, wo man teilweise reingucken konnte, wo man auch vor allen Dingen auf Videoscreen groß gesehen hat, was innen drin abgeht, so. Das war einfach sehr, 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 sehr krasse Kameraarbeit auch, Regie und dann der dritte Teil war ein Monolog von Thomas Bernhard, wo man auch wieder teilweise auf der Bühne sitzen konnte und ich hatte auch noch leichtes Fieber an dem Abend, ist mir aber auch als wäre das aufgefallen und es ging auch insgesamt fünf Stunden, glaube ich und das war auch, also ich glaube, das Fieber und das Bier haben einfach dazu beigetragen, dass es eine sehr coole, coole Erfahrung war. Ich weiß nicht, ob das nochmal gespielt wird, verlinken wir auf jeden Fall, aber das war auch ein sehr tolles, interessantes Theaterabend, der sich gar nicht nach fünf Stunden angefühlt hat, so. Okay, das macht mir Hoffnung für heute. Nein, aber mich würde tatsächlich interessieren, was so irgendwie eine oder ein anderer ZuschauerInnen gedacht hat, weil mit dem Fieber, das macht ja dann doch immer nochmal auch ein anderes Erleben aus, wenn du so halb im Delirium da sitzt, aber ja, du hattest eine gute Zeit, das ist die Hauptsache. Ja, ich hatte eine gute Zeit. Ich war gestern auch noch im Berliner Ensemble, da bin ich mit Theater, glaube ich, auch durch, bei Brechts Gespenster von Suse Wächter, ist das ein Stück, das ist auch von 2022 eigentlich schon. Und Suse Wächter ist ja so die legendäre, also die, weiß ich nicht, eine der bedeutendsten, würde ich sagen, Puppenbauerin, Puppenspielerin der Gegenwart, hat vielleicht schon mal ihre Puppen gesehen, die hat einen sehr eindeutigen Look. Und das ist ein Stück, wo so Brechts Vermächtnis in dem Haus, aber auch so das Gespenst des Kapitalismus tritt auf und Marx ist auf der Bühne und Freud und Kohl singt ein Brechtlied und also es sind ganz viele unterschiedliche Figuren und das war ein ganz schöner Abend. Und ich glaube, das ist eine ältere Inszenierung, die jetzt irgendwie gerade wieder lief, aber es war ganz nett. Aber auch da hätte ich mir gewünscht, also ich meine, das Berliner Ensemble ist kein großer Saal, ich weiß nicht, ob du da schon mal warst. Das ist ja jetzt nicht so ein riesiger Saal eigentlich, aber trotzdem fand ich es noch fast schon zu groß. Also ich saß Reihe 15 und ich hätte mir gewünscht, quasi noch näher dran zu sitzen oder Video zu haben, weil so die Puppen möchte man dann schon ja irgendwie im Detail sehen. Also es hat gut funktioniert, weil der hat ja auch teilweise sehr große Puppen, aber trotzdem, ich dachte, da hätte ich noch eine kleinere Spielstätte, hätte ich fast noch schöner gefunden. Aber das Berliner Ensemble, ich mag das total, muss ich sagen. Also ich wollte auch während meiner Schulzeit, ich habe meine Abschlussarbeit im Vergleich von zwei Werken von Brecht geschrieben, in Deutsch. Die Genere der Frau Cara und Galileo Galilei. Das Leben des Galileo Galilei. Oh mein Gott. Ja, ist ja auch egal. Aber ich habe mir dann tatsächlich eben die Gewehr der Frau Cara im Berliner Ensemble angeguckt und ich weiß noch, dass mich das so mega beeindruckt hat und war dann auch im Brecht-Archiv und so. Also ich bin tatsächlich, das waren so meine ersten Berliner Theatererfahrungen auch. Also ich war ja noch in der Schule. Aber dann ist das Stück was vielleicht für dich. Also ich glaube, wenn man Brecht mag und ein bisschen kennt, ist das noch cooler vielleicht. Boah, das war aber jetzt auch ein weiter Exkurs in die Vergangenheit. Aber irgendwie deswegen, also ja, ich kenne das Berliner Ensemble. Wollte dich aber noch ganz kurz fragen, weil ich erinnere mich irgendwie so halb, dass, hattest du nicht mal, hast du nicht mal Puppen selber gebastelt? War da nicht mal was vor Weihnachten oder so? Ja, die liegen auch noch, wir nehmen gerade in der Küche auf, die liegen hinten im Flur, stehen die Köpfe noch. Also weiter als die Köpfe bin ich nicht gekommen, ehrlich gesagt. Okay, aber das gucke ich mir gleich an. Also das, genau. Okay, schön. Müssen wir erst nochmal Monate später aufnehmen, damit ich mich wieder daran erinnere. Aber ja, cool. Okay. Ich wollte dir auch noch ein bisschen was erzählen, was ich gemacht habe, bevor wir wieder in die Zukunft hopsen. Und zwar, ich bleibe mal so vom Theater noch in der Ausstellung. Ich war einfach richtig dolle beeindruckt. Die hatte ich überhaupt gar nicht angekündigt im Podcast, aber bin da zufälligerweise reingegangen. Gestolpert, und zwar im Kunstraum Kreuzberg-Britannien. Es gibt ja zwei, das haben wir, glaube ich, letztens schon geklärt. Aber es ist dieses, was in der ehemaligen Diakonie ist, wo jetzt auch die Musikschule in Britannien drin ist, mit. Und da ging es ganz viel darum, ich sag mal den Titel, The Roots of Our Hands Deep as Revolt Entangle Colonialities of the Green. Also es ging ganz viel um diesen ganzen Nachhaltigkeitsdiskurs und wie der vor allem durch weiße und westliche Perspektiven geprägt ist und eben ganz viele marginalisierte Stimmen, aber auch Stimmen aus dem globalen Süden verdrängt. Eigentlich sehr viel auch so in dem Bereich Ecofeminism, aber auch die Kritik daran, eben wer den eigentlich gerade bestimmt. Und das war so gut aufgearbeitet einfach, weil es gab dann so ein komplett ein Mapping, ein visuelles, was so gezeigt hat, welche außenpolitischen, aber auch innenpolitischen Entscheidungen eigentlich dieses koloniale Thema immer wieder verstärkt haben in Deutschland. Und ich fand einfach, das war so unglaublich detailliert. Und es gibt es also auf der Webseite, kann man auch noch über diese Ausstellung mehr erfahren, weil die ist leider nicht mehr, aber ich will trotzdem von erzählen. Und dann gab es ganz viele auch so Selbstreflexionsfragen. Du warst in einem Raum, hattest einzelne Stichworte und Fragen, die dich auch in so einen Diskomfort gebracht hat, also gerade auch als weiße Person. Und dann gab es eine Installation, das war so ein Cyborg. Das sah aus wie so ein Käfer, der in einem riesigen Teich geschwommen ist, also so ein digitalisierter Käfer. Und du hast dann plötzlich dahinter geguckt und es waren riesen Leinwände und da waren ganz detaillierte Aufnahmen aus der Natur. Also das waren Pilze, das waren so Ähren, also von zum Beispiel Getreide oder so. Und das waren Wälder und irgendwie war das einfach so, der Raum war ganz dunkel. Dann hast du dieses leuchtende kleine technische Käferchen, auch diesen Cyborg, auf dem Teich schwimmen sehen und dann die Spiegelung von diesen großen Naturaufnahmen im Hintergrund. Und das fand ich irgendwie total beeindruckend. Also du hast das so vor Augen geführt bekommen, die Verbindung zwischen Mensch und Natur. und die ganze Frage, die ja auch so, ne, Donner, Harry, blablabla. Also all das, was dahinter steht, was passiert eigentlich? Und könnte es nicht eine friedliche Koexistenz geben von so einer Verbindung, von so einem Mischwesen oder von eben Natur und Technik zum Beispiel? Voll schön, weil ich habe, als du den Titel gerade gesagt hast, den relativ langen Titel, habe ich so gedacht, oh, das klingt sehr abstrakt und technisch und so Objekte, wo man nicht genau versteht, was das jetzt mit dem Thema zu tun hat. Aber ja, das klingt ja voll, also als hätte ich das voll gepackt so. Ja. Ja, ich musste nochmal, es gibt noch mehrere Räume, aber ich glaube, ich belasse es mal dabei. Also es war einfach ein sehr, sehr gutes Thema, kritisch aufgearbeitet. Ich war auch sehr überrascht von Poetics of Encryption. Das ist im KW gerade, relativ neu, erst vor ein, zwei Wochen eröffnet. Hab ich gelesen tatsächlich, ja, für heute. Das ist ein bisschen, also es ist speziell. Man muss da, man muss schon ein bisschen, man muss auf jeden Fall ein bisschen drinstecken in so Internettheorie, Diskursen so ein bisschen und was Bedeutung von, also von Digitalkultur im Sinne von Kulturen des Digitalen, so Meme-Culture und irgendwie, was bedeutet eigentlich die Infrastruktur? Also muss man nicht für alle Werke, aber ich glaube, es hilft auf jeden Fall, wenn man so ein bisschen damit schon mal zu tun hatte. Aber das ist eine sehr schöne Zusammenstellung von Künstlern, die ich teilweise irgendwie von Insta oder so kannte, wo die jetzt da so versammelt waren. Also kann man sich auf jeden Fall geben, wenn man so grob Spaß hat. Und da waren auch ein paar sehr schöne Arbeiten dabei. Ich meine auch allein so eine Wand, so komplett so, kennst du von Abi Warburg diese Bildertafeln, wo er so Bilder angeordnet hat und versucht hat, so Genre, zeitübergreifende Grundmuster, Gesten, Ausdrücke zuzufinden und da gibt es quasi basierend darauf, so eine riesige Wand, so mehrere Meter lang, komplett nur mit Memes, vollgekleistert, die auch versucht werden, so anzuordnen und zu clustern. Und das kann man auch einfach ganz toll, viele tolle Videos einfach so gucken. Aber egal, so ein bisschen ein Grundinteresse muss man, glaube ich, schon dafür haben. Ich meine, gut, das ist bei vielen Themen so. Aber da war ich auch positiv überrascht. Ich habe auch gar nicht, also ich habe auch, man kann auch echt viel Zeit darin verbringen, hatte ich gemerkt. Ich habe auch gar nicht alles dann geschafft, anzugucken, weil ich ja gemerkt habe, so nach anderthalb Stunden, okay, ich bin voll durch den letzten Raum. Letzte Woche spaziere ich noch nur noch so durch. Aber ja, Poetics of Encryption im KW läuft noch bis Mitte, Ende Mai. Ja, sehr gut. Ich habe neulich immer darüber nachgedacht, wie sich die Memes schon wieder verändert haben und dass du eigentlich sehr oft, wenn du so ein klassisches Meme siehst, so, ah ja, das war ja vor zehn Jahren in dem und dem Kontext. Okay, nicht unbedingt vor zehn Jahren. Wann hat das, doch, oder stimmt, wann haben wir, oh mein Gott, wir sind schon so lange auch aus dem, also wir hatten ja auch selbst Seminare, wo es viel auch um so Meme-Culture und so weiter ging, stimmt. Ja, aber also irgendwie interessant auch, wie du das dann so einem zeitlichen Diskurs so voll zuordnen kannst und dann wird es ja immer wieder rausgezogen im Kontext und wieder benutzt. Aber ja, okay. So, bevor es zu, bevor es ja zu deep in die Richtung geht, mal was ganz Entspanntes, und zwar habe ich ja letztes Mal erzählt, dass ich ins Liquidrom gehen möchte. Und da war ich. Ja, genau, Liquidrom ist eigentlich ja eh, also gefühlt alle Menschen kannten das und waren das schon mal und so, ja, da war ich schon mal vor fünf oder sechs Jahren, denen ich davon erzählt habe, dass ich da hingehen möchte. Und ja, irgendwie witzig, weil ich da auch schon oft vorbeigefahren bin, aber halt nie da war und das auch irgendwie gar nicht unbedingt dahinter vermutet habe. ist ja ein, vor allem so ein riesiger Salzpool, Salz-Wasserpool, nicht nur Salz. Und genau, mit so Unterwassermusik angereichert, Ruheräume und Saunabereich, also der Urban Spa, glaube ich, nennen sie sich selber. Und genau, jetzt mein Fazit, also. Bist du entspannt da rausgegangen? Ja, das schon. Okay. Genau. Und es war irgendwie, es war so lustig, es war so ein Mix aus so, so ein bisschen so Kleinstadt-Therm, also wenn du nicht wie beim Vabali so alles so komplett holst, durchdacht mit den riesen Vorhängen, sondern du hast da auch mal so den Plastikstuhl zum Drauflegen und dann aber irgendwie schon auch so einer kleinen Wohlfühloase, da ist das Wort. Und das war, also ich fand diesen Pool so interessant, weil du floatest halt die ganze Zeit so auf dem Wasser und du hast diese Badenudeln. Und am Anfang dachte ich so, hä, wieso brauche ich denn so eine Badenudel? Aber das ist so schön, weil du packst dir dann die dahin, wo du möchtest. Ich hatte dann immer zwei Badenudeln, spannende Story. Und lag dann immer so richtig, so, dass du mit den Ohren unter Wasser bist. Weil unter Wasser hörst du natürlich die Musik, die extra für unter Wasser gemacht ist, viel besser. Und ich hatte am Anfang auch so Schiss, weil ich weiß nicht, ob du das auch kennst, ob dir das als Kind immer gesagt wurde, dieses so, ja, nicht zu lange mit dem Kopf unter Wasser, dann kriegst du Ohrenschmerzen. Nee, aber ich habe auch, als du es gerade erzählt hast, original gedacht, da hat man ja bestimmt richtig viel Wasser in den Ohren danach die ganze Zeit. Und dieses so Hüpfen auf einem Bein, damit das Wasser rausgeht, da dachte ich auch dran und war so, oh, ich weiß gar nicht, ob das so gut ist, aber irgendwann habe ich das voll vergessen. Und dann hast du auch so eine Stange am Rand, also das Ganze ist als Kreis aufgebaut, also ist einfach ein Kreispool, so, genau. Und du schimmst dann auch manchmal so ein bisschen in der Mitte oder du erkanntest dir halt so einen Platz am Rand. Früh ist es wirklich schön, wenn nicht so viele Leute da sind. Das ist auch ein Ruhebereich. Also du darfst da nicht quasseln und darfst da auch nicht irgendwie jetzt als Pärchen sonst was machen, sondern es ist wirklich dafür gedacht, dass du da alleine rumfloatest und die Musik hörst. Und mit diesen Badenudeln irgendwie total süß. Also ich habe vor Jahren mal mit meiner Gastfamilie, ich war mal in Amerika kurz, und da mit der Gastmama war ich so bei der Wassergymnastik und das assoziiere ich mit Badenudeln. Aber dort war das irgendwie so ein ganz neues Erlebnis. Also mega schön, das ist irgendwie anders als durch dieses Salzbecken und diese Musik. Und das war schon voll entspannter, einfach nur rumzufloaten. Der Ruhebereich, wie gesagt, ist jetzt ein bisschen so, ist jetzt nicht verbali, aber ich würde allen empfehlen, die da hingehen, auf jeden Fall die Sauna mitzubuchen. Weil sonst bist du nur in diesem Pool und liegst dann da so ein bisschen rum. Also die Sauna ist schon auch echt richtig cool und das musst du eben dazu buchen und das lohnt sich voll. Deswegen, das ist auch nicht, ich glaube es sind 2,50 oder so. Und ja, aber es ist nur so eine Kleinigkeit, aber es macht viel aus. Okay, also irgendwie, es ist eine Empfehlung. Okay, also, aber würdest du nochmal hingehen? Ja, schon. Ich würde jetzt nur, ich bräuchte da jetzt nicht einen Tag sein, also 4 Stunden haben einfach gereicht. Nee, ist ja okay. Für Stimme ist ja auch voll gut in Ordnung. So, nach Theaterausstellungen, philosophischen Abhandlungen auch mal hier. Wo ich nicht nochmal hingehen würde. Ah ja, bitte. Aber, was ich trotzdem empfehlen würde, weil ich würde nur nicht hingehen, weil ich schon gesehen habe, ist in die Wali-Export-Retrospektive im CO Berlin. Die habe ich schon gesehen, weil das ist quasi eine Übernahme aus dem Albertiner-Museum in Wien. Und als ich letzten Sommer in Wien für eine Hochzeit war, waren wir da noch in der Ausstellung. Ja. Und als ich gesehen habe, diese Retrospektive, das kommt mir ja bekannt vor, das ist tatsächlich irgendwie zum Großteil einfach die Zusammenstellung aus, die ich da in Wien schon gesehen habe, die jetzt auch in Berlin zu sehen ist. Und Wali-Export ist ja so eine sehr wichtige Medien-Performance-Künstlerin des letzten Jahrhunderts, so feministische Kritik des Körpers, des Körpers im Patriarchat. Diese ganz berühmten Performances, kennst du von ihr wahrscheinlich auch mit dem Tastkino und so, wo sie so einen Karton mit so einem Vorhang quasi anhatte obenrum. Und dann Leute in der Wurstgeneration da so reingreifen konnten, ihre Brüste so anfassen. Und das war irgendwie in, das war 68 oder so. Und dann in Wien, im konservativen Wien 68, da gibt es so tolle Videodokumentationen von und so. Und diese Art von Performances, die sind glaube ich am berühmtesten wahrscheinlich, würde ich sagen. Aber die hat auch ganz viele andere Sachen gemacht. Und das, oder auch diese eine Performance, wie heißt sie, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, da führt sie Peter Weibel an so einer Hundeleine durch die Straßen auch von Wien. Und da gibt es so ganz empörte Blicke, also das Wien der 60er Jahre ist nochmal anders. Heute denkt man sich so, okay, es würden irgendwelche Prank-Youtuber davon jeden Tag machen. Habe ich in Berlin auch schon, also in einem Café erlebt, dass eine Person mit... Ja okay, stimmt, das gibt es auch. Ja gut, das ist ja auch nochmal andere. Also das ist dann keine feministische Kritik am weiblichen Körper, am Patriarchat vielleicht, sondern was anderes im Café. Okay, aber genau, aber diese, das ist eine richtig schöne Retrospektive mit vielen Bildern und Videos. Und also total spannend zu sehen, wo die heutige feministische Performance-Kunst, Medienkunst auch so herkommt so ein bisschen. Ähm, da sind viele Sachen drin, glaube ich, auf die sich immer noch viel bezogen wird, die man dann besser versteht und sagt, wir waren auch für eine coole, coole Socke auch gewesen. Kann man sich bestimmt super anschauen, aber ich gehe nicht nochmal hin, glaube ich. Nee, das kann ich verstehen. Na, aber ist auch, ja, lustig, wenn du das schon woanders gesehen hast. Und die Star-Hauptes Mitte Mai läuft jetzt, glaube ich. Okay, auch noch ein Weilchen. Ja, ist cool, weil jetzt so Anfang des Jahres sind einfach noch viele Sachen, die lange, lange gehen. Ähm, apropos, was lange noch da ist und was ich aber nicht wusste und ich war schon echt traurig, dass ich das verpasst habe, ist die Klima-X-Ausstellung, von der hast du schon mal erzählt. Im, genau, Museum für Kommunikation. Ähm, und ich habe richtig Bock, dahin zu gehen, dass, die Frage ist ja, doch, warum tun wir nicht, was wir wissen? Also, diese ganze, der ganze Kontext, eigentlich, die ganzen Daten sind da, ähm, warum wir, beziehungsweise auch die Systeme, ähm, sich nachhaltiger aufstellen sollten, aber irgendwie ist es noch nicht angekommen. Also, es geht alles um Klima-Kommunikation, auch viele Kampagnen, ähm, werden nochmal dargestellt und, und, und. Und, ähm, ich fand es einfach schön zu sehen, dass sie noch ist und auch, dass sie immer wieder so Rahmenprogramm-Sachen machen. Also, im Januar war auch nochmal was zu Fashion, ähm, Fashion-Killer, ähm, Klima-Killer-Fashion so rum. Ähm, und habe mir jetzt einfach vorgenommen, da noch ein bisschen, ah, hinzugehen, genau, und ein bisschen aktiver noch draufzugucken, auch auf das Rahmenprogramm, ähm, weil das wirklich auch so mit Workshops und so weiter einhergeht. Genau, mir war einfach, wie gesagt, nicht klar, dass es noch bis zum 1. September läuft diesen Jahres. Ah, doch, doch so lange noch. Ja. Ah, ja, cool. Ja, ich meine, Museen für Kommunikation haben auch immer sehr viel cooles Rahmenprogramm. Äh, oder zumindest sind die gut darin, das zu bewerben, weil ich sehe oft in so Veranstaltungskatalogen, ähm, und Verzeichnissen, Hinweise auf Veranstaltungen von denen im Rahmen von irgendeiner Ausstellung. Vielleicht sind die auch einfach nur sehr, vielleicht machen das andere Museen auch und die sind nicht so gut darin, das zu kommunizieren. Hahaha. Aber, ähm, ähm, äh, ne, das finde ich, finde ich mal super. Mhm. Schön. Sehr cool. Apropos gutes Kommunizieren oder nicht, also apropos Kommunikationsmittel, ich wollte dir noch von der App erzählen, die ich ausprobiere. Ah, ja. Ähm, die App heißt Abundo. Okay, entschuldige. Nee, ich glaube, Tinder ist tot, oder? Oder abgerutscht. Das ist ein seltsame. Freil ich mich, jetzt gab es wieder so eine große Werbekampagne. Hm. Anyway. Ist nicht unser Thema. Abundo ist quasi Urban Sports für Kultur. Also das Prinzip von Urban Sports, du zahlst einen monatlichen Beitrag, kannst bis zu einer Veranstaltung pro Tag besuchen, kannst so vorher quasi Tickets, Plätze buchen, so. Und wenn du die zu kurzfristig wieder absagst, musst du quasi eine Strafgebühr bezahlen, so. Das macht Urban Sports ja auch erst seit, ne? Genau, aber sonst sehr ähnlich, bei Abundo ist das dann so, du, ich glaube, die Standard-Mitgliedschaft kostet so 30 Euro im Monat, im ersten Monat nur 9 und es gibt auch noch so einen Tarif, da hast du dann plus 1, das kostet irgendwie 40, 45, 50 Euro, da hast du plus 1 quasi immer. Da kannst du 2 Tickets, ja, ja. Dann haben die so Kontingente bei verschiedenen Orten und kannst immer maximal 2 Veranstaltungen quasi vorgebucht haben gleichzeitig, damit du nicht quasi alle Kontinente aufbuchst, dem du dich für jeden Abend was reservierst im Monat. Ah, ja. Du kannst immer nur 2 Veranstaltungen quasi reserviert haben am Stück, was ich verstehe, aber natürlich auch nicht so viel ist, sondern maximal 1 am Tag. Und dann kannst du auch Plätze nicht aussuchen, aber von Leuten, die das jetzt genutzt haben, die hatten zum Beispiel auch sehr viel Glück mit sehr, sehr, sehr guten Plätzen. Und dann gibst du diverse Veranstaltungshäuser und dann kann man sich wie bei Urban Sports halt so dann Sachen raussuchen und buchen. So, das ist im Prinzip schon mal an sich jetzt nicht schlecht. Das hängt natürlich total an der Auswahl der Orte, die man besuchen kann. Ja. Und da waren jetzt auch schon mal, also da sind unter anderem schon größere Häuser, ich habe jetzt natürlich vor allen Dingen so bei Theater und Sachen geguckt, also zum Beispiel deutsches Theater oder sogar von der Philharmonie gab es Kontingente und so, also auch von Sachen, wo man teilweise sehr teure Tickets hat. Also zum Beispiel eine Bekannte, die hat dann Tickets gekauft oder nicht gekauft, aber geklickt vom deutschen Theater in der Sitzkategorie war das dann zufällig ganz vorne. Und da hätte man quasi allein schon damit den Preis rausgehabt. Okay, das ist cool. Weil du musst dir überlegen, das ist ja wie bei Urban Sports, du musst dir überlegen, ab wie mal, wie viel oft lohnt es sich. Genau. Und wenn ich quasi ein Ticket habe, was 30 Euro kostet, dann muss ich ja nur einmal irgendwo hingehen und dann hat sich das schon wieder raus. Aber es sind auch viele Veranstaltungsorte dabei, also es sind auch viele sowas wie ein bisschen kleinere Städten, also so Kabaretttheater, so BKA-Theater, Renaissance-Theater. Also viele so mittelgroße Spielstätten, jetzt nicht so die ganz großen, also da, obwohl, ich habe da auch Schaubühne jetzt sogar mal gesehen für irgendwas. Und ich weiß noch nicht, wie das funktioniert mit den Kontingenten, ob dann dann Kontingente dafür freigegeben werden, die sich nicht so gut verkaufen oder ob die einfach generell Kontingente haben. Ich weiß nicht, wie das im Hintergrund läuft. Aber es war, also die Auswahl war okay, würde ich sagen, auch ein paar Kinos waren mit dabei für ein paar Filme und so. Ich hatte mir jetzt noch nicht, es hat mich jetzt noch nicht so richtig gecatcht, aber ich glaube, wenn man so denkt, ich will irgendwas machen, würde man wahrscheinlich auch darüber mal was ausprobieren, was man sonst nicht gemacht hätte. Das sehe ich auch als größten Pluspunkt, habe ich auch gerade gedacht, als du die ganzen kleinen Theater und so aufgezählt hast und dann dachte ich so, ah ja, BKA war ich noch nie, wollte ich eigentlich auch schon immer mal. Genau. Das sind so, also dieses, weil das ist ja auch, weswegen wir irgendwann mal diesen Podcast gestartet haben, dass wir gesagt haben, ah, irgendwie fehlt uns so ein bisschen die Bündelung mal von Dingen, auf die wir Bock hätten, irgendwie auf einer Seite. Und das sind dann nicht nur Ausstellungen zum Beispiel, sondern auch unterschiedliche Sachen, ist auch egal so. Das kann ich verstehen, aber ich bin sehr kritisch. Ja, weil, also das ist das Positive und vielleicht auch, es gab ja auch mal diese Kulturkarte und so für Nachwuchskräfte, also Nachwuchskräfte für jüngere Personen, die sie so wieder irgendwie mehr in kulturelle Kontexte geführt werden sollten und so. Also vielleicht an der Stelle auch, aber insgesamt, ich finde 30 Euro schon viel und irgendwie ist es so, ja, die Menschen committen sich halt nicht mehr und jetzt fängst du an, das mit so einem Bezahlmodell zu, da hinzubringen. Ich meine, wir haben gerade auch über Krankheiten gesprochen. Ich finde es halt irgendwie so, so schade, wenn du dann krank bist und absagen musst und dann musst du es aber trotzdem bezahlen, weil du kannst ja, also irgendwie, ich finde, es ist so eine andere Form von Verpflichtung. Und ich habe halt Sorge, weil auch Urban Sports sich ja verändert hat und dann wieder ganz viele Studios eher in einen höheren Tarif gerutscht sind und ich aktuell, ich will hier aber auch niemanden bashen, aber eben, ich es gar nicht mehr so leicht finde, Plätze zu finden. Ja, ja, toll. Ich weiß gar nicht, ob ich dann immer auf die 30 Euro kommen würde im Monat. Ich glaube, also, wenn ich mir überlege, wenn ich, also ich glaube, wenn ich mal so gucke, was aktuell Tickets für die Sachen kosten, die es da so gerade gibt, da wird es sich quasi lohnen, wenn jemand zweimal im Monat schon irgendwo hingeht. Ja. Und das mache ich ja an sich. Und natürlich ist es schwierig, weil auch bei Urban Sports ist es ja auch so, wenn es zu mächtig wird, so eine App, wenn zum Beispiel Yoga-Studios total abhängig werden von Urban Sports oder von den Plätzen. Schwierig, schwierig, schwierig alles. Aber natürlich senkt es mega die Hürde, überhaupt irgendwo hinzugehen. Weil natürlich kann ich bei Bühnen Berlin irgendwie gucken, dass irgendwas, wie gesagt, im Renaissance-Theater läuft. Aber die haben dann wieder einen eigenen Webshop. Und dann muss ich mich da erst anmelden und registrieren oder als Gast und alle meine Daten eingeben. Weißt du, diese ganze Hürde ist ja auch, was Urban Sports so spannend macht. Du scrollst durch und klickst nur noch auf Platz buchen. Ach, das ist auch ein interessanter Punkt. Stimmt, dieses dich registrieren vorher. Ja, okay. Und dann muss ich da noch irgendwo meine Kreditkarte oder meine Paypal eingeben. Und dann kriege ich von den anderen auch jetzt irgendwie Mails. Also das sind ganz viele Klicks, die ich im Zeitungsfall nicht mache. Aber die ich eher mache, wenn ich sage, okay, ich habe eine künstlich reduzierte Auswahl. Ich möchte diesen Freitag irgendwas machen, scheißegal was. Ich möchte einfach nur aus dem Haus, weil ich habe die ganze Woche nervige Sachen gemacht. Ich suche mir einfach irgendwas Freitagabend jetzt aus. Und dann gehe ich jetzt halt hin und ich mache zwei Klicks und habe ein Ticket. Ich verstehe schon den Reiz daran. Aber, das muss ich jetzt auch ehrlich sagen, bisher fand ich die Auswahl, da bin ich dann doch zu versnobbt, was weiß ich. Also ich weiß jetzt noch nicht, ob ich es länger als den Testmonat wirklich hier gerade noch behalten würde. Ja, du kannst ja mal gucken, weil zum Beispiel, wenn das Problem Foresight da drin wäre, dann fände ich schon wieder ganz gut. Das ist in der Deutschen Oper. Ja, aber von den krassen Sachen sind natürlich auch die Kontingente schnell. Weil sie aufgebraucht. Und das ist dann wieder so ein Druck. Und das Ganze ist ja schon. Und das habe ich bei meinem Lieblings-Urban-Sports-Kurs auch. Ja. Der ist donnerstags. Und freitags muss ich mir den Wecker auf vor, muss ich sicherstellen, dass ich vor 8 Uhr wach bin und den gebucht habe für in zwei Wochen. Sonst ist der fern. Ich muss den Wecker stellen, um den Sports-Kurs rechtzeitig zu buchen. Und zu früh darfst du aber auch nicht buchen, weil dann sind sie ja noch nicht drin, die Kontingente. Also das ist so. Und das hat mich auch schon immer gestresst. Ich bin so oft auf Wartelisten, dann immer wieder Refresh und schnell sein. Das ist wie sich anmelden in Berlin für eine Wohnung. Die Termine, das ist, es wird, und ich bin seit, nee, vielleicht sage ich das lieber nicht öffentlich, aber genau. Naja, ich bin nicht nur vor zwei Wochen umgezogen, sage ich mal so. Sondern ich betreibe dieses Spiel schon ein bisschen länger und mir reicht das schon in diesen Kontexten, in diesen Bürokratie-Kontexten. Okay, aber gut. Aber ich werde dir berichten, wie es mit der App weitergeht. An sich finde ich das interessant, dass sowas, diese Fur-Urban-Sports-Service-Sisierung auch quasi diese Kultur, diese Kulturbereiche übernimmt. Ich meine, das ist ja auch nicht neu als Konzept. Es gab ja früher auch schon so, wie gesagt, so Kulturkarten oder so Multikarten. Aber das ist so jetzt so, dass ich vom Sofa mir, vom Handy das so filtern kann, ist natürlich, ja, ich bin gespannt. Und ich gucke später mal rein, wenn wir dann, wir haben ja fünf Stunden im Theater, dann schaue ich mir das mal, schaue ich mir den Ball mit der App an. Ja, apropos Kosten und Kosten eventuell dadurch sparen, mache ich mal diesen Übergang. Das nächste, von dem ich erzähle, ist kostenfrei. Okay, und zwar, also der Besuch ist kostenfrei, geht es um Zeit ist knapp oder Zentrum für internationale Künste, ZIP, ZIK, wieso habe ich denn P gesagt, was ist denn ZI, Zentrum? Egal, ZIK, scheinbar heute, genau, es ist schon spät am Abend, genau, ZIP, Zeit ist knapp, Zentrum für internationale Künste. Und das Ganze ist ein Konzept zur Zwischennutzung. Also dahinter steht, ich glaube, ein Clubmanager, ein Bandmanager und mein Musiker, die drei haben sich zusammengetan und gesagt, ja, wir müssen irgendwie wieder mehr es schaffen, dass diese ganzen Berliner Leerstände mehr für kulturelle Orte und KünstlerInnen genutzt werden können. Und eigentlich ist das ja ein Win-Win, also wenn große Kaufhäuser und so weiter gerade niemand drin haben, so und das haben sie wieder angestoßen und das haben sie gemacht. Das Ganze läuft auch schon ein bisschen mit der alten Primark-Filiale beziehungsweise dem ganzen Schlossstraßencenter am Walterschreiberplatz in Friedenau. Also das war, wie gesagt, Primark und Co. vorher, also eher eine Konsumstätte und das haben sie jetzt umfunktioniert in einen kulturellen und künstlerischen Ort. Da gibt es einen kleinen Marktplatz unten, es gibt einen Kaffee, also du kannst da auch eine ganze Weile bleiben. Es gibt einen Pop-Up-Skate, Skatepark. Ich habe mal reingeguckt, auch in die Veranstaltungen, die sie gerade machen, da sind ganz viele Tanzkurse dabei. Und du hast eben unten auch, also unten im Erdgeschoss, die ganzen Wände sind so Galeriewände, also du kannst da Installationen dir angucken, Fotos anschauen und auch so einen Skulpturenpark, so einen kleinen gibt es auch. Ja, ich fand das irgendwie von der Idee ganz schön. Ich habe so durch die KünstlerInnen geklickt, du siehst alle mit ihrem Instagram-Account. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht die Künstlerin, die vielleicht im Gropiusbau gerade ausstellt, aber wahrscheinlich auch sehr viele lokale KünstlerInnen. Und an sich fand ich das ganz schön, das Konzept, also dass du eben so diesen kleinen Marktplatz hast für verschiedenste Märkte, also sowohl Kunst, Handwerk als auch wahrscheinlich auch Food. Das weiß ich nicht, das habe ich nicht ganz rausgefunden und dann eben diesen Installationsgang, Skulpturpark, Skatepop-up und auch eine kleine Kunstbühne und das alles in so einem alten Einkaufszentrum. Wow, das ist richtig viel. Ja, also klingt viel, ist wahrscheinlich alles in ein, zwei Räumen. Ja, aber auch mit einem kleinen Pop-up-Skatepark auch da drin, ich meine, ja. Ja, und an sich finde ich es ganz gut, also sie testen das jetzt mit dieser Umsetzung einmal aus und aber genau, Ziel ist es, dass das wieder mehr genutzt wird. Du kannst dich dann auch selber da anmelden auf der Webseite, also wenn du jetzt eine Person bist, die ein leerstehendes großes Gebäude hat, was jetzt nicht auf uns zutrifft. Genau, und dann eben Künstler in den Raum bieten möchtest. Voll gut. Make Friedenau cool again oder überhaupt cool, ich weiß nicht, wie da die Geschichte von Friedenau ist, ob es mal eine coole Phase hatte. Werden wir rausfinden. Aber noch ein Mini-Hinweis, genau, das ist immer von Mittwoch bis Samstags, also Montag und Sonntag. Ich hätte noch einen letzten Hinweis, auch mehr so, damit ich es auch mache, die Kategorie, ich erzähle davon, damit ich auch wirklich hingehe. Im HKW gibt es jetzt von März bis Mai eine Ausstellung oder ich weiß nicht, ob das Programm länger geht. Das heißt Echos der Bruderländer und es geht um quasi, also die Geschichte, auch so DDR-Geschichte, aber mit Bezug auf diese sozialistischen Bruderländer, von denen immer gesprochen wurde. So mit Vietnam und dann die Raum, also diese, ja, also das postkoloniale, wie heißt das denn, ja, da wurde nicht so viel Kolonialismus aufgearbeitet wahrscheinlich. Aber wie man sich so quasi im Namen des Sozialismus zu verbrüdern, verschwestern meinte, global. Und das ist auch so ein Thema, von dem ich, ehrlich gesagt, nicht so viel Ahnung habe. Darum würde ich da gerne hin. Aber ich glaube, ich muss es hier erwähnen, damit ich es auch wirklich mache, ehrlich gesagt. Ah, okay. Vielleicht muss ich mich auch jemanden nochmal suchen, der quasi selber nochmal mehr DDR-Vergangenheit hat oder DDR-Migrationsvergangenheit dafür, um noch einen anderen Zugang zu haben, weil an sich fand ich, das finde ich ein sehr spannendes Thema, weil ich ja gerade so, ne, also so globale Kontexten und gerade Migrationsgeschichten mega spannend finde, aber jetzt so in dem, genau, im DDR-Kontext jetzt auch nicht so viel Ahnung davon habe. Aber es sei hier erwähnt, dann gehe ich hin, HKW bis Ende Mai schaffe ich bestimmt. Ich drücke dir die Daumen. Ja, vielleicht komme ich ja mit, aber ich gucke mir erst mal heute an, was du mir da empfohlen hast. Ob du dann nochmal irgendwo mitkommst. Ja, wir gehen jetzt erst mal ins Theater und dann kümmern wir uns um die Ummeldung und um die leerstehenden Gebäude, die wir noch organisieren müssen, damit wir die dann vermieten können als Künstler. Ja, sehr gut. Und ums Klima kümmern wir uns auch noch im Klimax. Und natürlich um die Demokratie und um den Wohlstand. Und alles an diesem Wochenende. Wir haben noch einiges vor. Sehr gut. Bis zum nächsten Mal. Wir gehen jetzt los. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020